Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, ein spannender Tag erwartet uns im Handwerksbetrieb Bauelemente Schmidt. Noch ist die Ausstellung leer, die Kunden lassen auf sich warten, deshalb Zeit fürs E-Mail-Postfach. Aber auch da passiert noch nichts, keinerlei Anfrage. Jetzt ein erster Vorstoß am Telefon, der Verkäufer geht sofort ins 1 gegen 1 mit dem potenziellen Kunden, aber abgeblockt, kein Abschluss, die erste Chance dahin. Direkt die nächste Möglichkeit, ja hereinspaziert, der Verkäufer natürlich sofort nah dran, aber das Zusammenspiel aus Marketing und Verkauf, es klappt noch nicht, wieder kein Abschluss, Verunsicherung macht sich da. Und deshalb gibt's jetzt früh den ersten Wechsel, der Geschäftsführer bringt die A und M ins Spiel, ja warum denn nicht gleich so? Die Werbung nimmt Fahrt auf, das Momentum dreht sich. Der Verkaufsraum wird voller, sofort sind die Menschen da. Die Werbemaßnahmen der A und M greifen, kommen sie herein, hier gibt es viel zu entdecken. Schönes Zusammenspiel, klasse durchgelassen vom Vorzimmer. Die Verkäufer laufen heiß, ganz frühes Pressing, sie laufen jetzt sogar zu zweit an und belohnen sich mit der ersten Beratung. Eingeleitet über das Marketing, der Verkäufer steht kurz vor dem Finish, den muss er jetzt machen, den muss er machen. Und am Ende macht er ihn rein, der erste Kunde, ein sauberer Abschluss, wunderbar gemacht. Und jetzt läuft es wie am Schnürchen, eine Anfrage nach der anderen. Die Verkäufer sind in Topform, sie haben sich hier reingekämpft und belohnen sich. Ja, liebe Zuschauer, das war der Tag im Handwerksbetrieb. Bauelemente Schmidt, kaum wurde die Taktik geändert, schon wurde die perfekte Strategie für ihre Werbung gefunden. Was eine Leistung, was ein Erfolg.